Was geht ab, meine lieben Zuschauer? Ihr müsst jetzt noch einen schwarzen Bildschirm sehen, weil das so ist. Danke. Ja. Guten Tag, Leute. Du bist jetzt an einer Ecke ungefähr, ne? Das ist richtig, ja. Geh jetzt in die linke Ecke. Die hier. Genau. Und dann guckst du verlängert, die Ecke verlängert in die Richtung guckst du. Was, die Ecke verlängert in die? Was? Du guckst einfach da, wo die Ecke ist. Die Spitze in die Richtung schaust du. Meine Freunde. Genau. Und jetzt lande. Ja, genau. Geh in mein Feld und zerstör das. Das ist alles noch heile. Naja, ist klar. Nächstes Mal gibt es einen Angriff. Hey! Hey! Lol! 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 Richtig am attackieren ist der hier. Lol! Warte, ich sollte mal Clouds aufmachen, ne? Ja, aber warte, ich zeig dir noch ein bisschen die Location, weil das ist ja nicht nur mein Laden. Was machen? Ich möchte die Wolken ausmachen. Langsam reicht es mir hier, wie ich denn diese Beziehung behandelt werde. Pass auf, bleib mal stehen. Komm wieder mit. Hey Junge, warum bist du so? Wenn du irgendwann mal so einen Kürbis anpackst, ne? Ja. Verbrenne ich dich. Komm mit. Alles klar, Herr König. Komm mit. Das Grundstück hier geht aber auch eine Treppe runter, die ist mir. Also das ist nicht deine. Du darfst die gerade nur benutzen, weil ich genedisch mit dir bin. So, dann gehst du hier hinab, wenn du kannst so betrachten, guck mal da, rechts cool stützen. Sag, die sind schön. Ja, die sind schön. So, ich weiß, komm mit. So, dann geht der Weg hier weiter. Diese Insel hier links, die fliegende, das ist auch meine. Hans, aber was gehört dir denn hier an? Ja, ich hab die beansprucht. Ich hab überall Schildern gemacht und gesagt, das ist von mir und Jens. Weil wir wollen hier was bauen. Weil, pass auf, ich zeig dir gleich warum. Guck mal, das ist Überblick der Stadt. Okay. Und da hinten sind noch mehr da am Spawn. Aber guck mal, da geht meine Treppe noch weiter runter. Siehst du das? Mit Stütze und so. Ja. Wie findest du das? Schön. Besser ist das. Pass auf. Ja. Alter. Nein, ein Creeper noch. Ah, ein Enderman. Wow, ich bin tot. Manuel, das war wegen dir, ne? Ja, geht nach. Jetzt mal ernsthaft. Ja, geht nach. Jeder Bürger hat die Pflicht, den König bis zum Tode zu verteidigen. Was machst du? Spawnst einen Creeper. Ja. Der mich tötet. Ja. Nicht nur einen. Ja. Ich sehe sogar mehrere. Du hältst die ganze Zeit den Fortschritt hier auf. Mit deinen Endermans. Jetzt hör doch auf, Mann. Wie nennst du den? Jeffrey. Leb Jeffrey. Ja, Jeffrey. 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 Ah, pass auf. Guck mal, was der macht. Lol. Manuel, ne? Du bist so ein Nazi geworden, ne? Das ist so krass. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Jeffrey. Das ist echt krass. Alter, das war so schön mit Jeffrey. Wir haben so viel gemacht. Ja, Jeffrey war ein super Typ und du ermordest den. Ich hab gar nichts gemacht. Jeffrey war so ein netter Kerl. Ich hab mich immer so gut mit dem unterhalten. Jeffrey. Oh, Junge, wo ist denn dieses Skelett? Von wo? Was? Hast du mich abgeschossen? Das ist bekloppt. Ich hab nicht mal einen Bogen. Also hast du mich nicht abgeschossen? Nein. Ich hab... Selbst wenn ich einen Bogen hätte, hätte ich nicht mal Pfeile. Haha, das sagen sie alle. Natürlich hast du mich abgeschossen. Jeder ist sogar im Stream, du Bastard, Alter. Hey, wie du siehst das im Stream? Du bist ein kleiner, unverschämter Backe, ey. Da hat der mich gerade richtig hart angelogen, ey. Boah, hör doch. Das war ich jetzt echt nicht. Dankeschön. Du bist so ein Fickgesicht, Alter. Ey, ich hab gar nicht gewusst, dass so eine Kippe steht.